Involviert in eine Spielzeugspendenaktion für ein Waisenhaus, hätte Dominique nie gedacht, dass dieser Tag eine so unerwartete Überraschung bringen würde. Seine Augen trafen auf einen Jungen, der wie sein Ebenbild aussah, aber ohne jede Vorstellung von der Verbindung, die zwischen ihnen bestehen könnte. Fasziniert und neugierig beobachtete Dominique den Jungen, ohne zu ahnen, welches Band sich gleich entfalten würde. Dominique, ein Teenager wie so viele andere, führte ein ruhiges und routiniertes Leben, das er zwischen Zuhause und Schule aufteilte. Gelegentlich wurde die Monotonie dieser Routine von aufregenden Momenten der Freiheit unterbrochen, wenn er und seine Freunde sich im örtlichen Skaterpark trafen. In diesem belebten Park, zwischen Lachen und waghalsigen Tricks, stellte das Schicksal ihm Denise vor. Ein bezauberndes Mädchen mit strahlendem Lächeln und Augen, die wie Sterne am nächtlichen Himmel zu leuchten schienen. Schnell entwickelte sich eine Verbindung zwischen den beiden Teenagern, als ob das Universum sie in diesem magischen Moment zusammengeführt hätte. Dominique und Denise tauchten in dieses überwältigende Gefühl der ersten Liebe ein und erlebten gemeinsam die Süße der Jugendlichen Unschuld. Mitten im Sommer stellten sie fest, dass Schmetterlinge im Bauch und Aufregung ein Teil des zauberhaften Weges waren, sich zu verlieben. In den letzten Schuljahren wurden Denise und Dominique wirklich unzertrennlich. Als das Ende des Schuljahres näher rückte, begannen die Schüler, über wohlverdiente Ferien nachzudenken und gleichzeitig begeistert über ihre Universitätsoptionen zu diskutieren. Es gab etwas, das er nicht voraussehen konnte. Denises Eltern hatten andere Pläne für die Zukunft ihrer Tochter. Denises Abwesenheit an diesem Morgen in der Schule beunruhigte Dominique zutiefst. Er versuchte, sie anzurufen, um verzweifelt herauszufinden, was vor sich ging, erhielt jedoch keine Antwort. Die Stunden schienen sich bis zum Ende des Unterrichts hinzuziehen, als er beschloss, zu ihrem Haus zu gehen, um endlich Nachrichten zu erhalten. Bei seiner Ankunft wurde er von Denises Vater empfangen, einem Mann, der ihn immer freundlich und liebevoll behandelt hatte. Aber an diesem Tag schien alles anders. Das Gesicht von Denises Vater war nervös und emotional distanziert. Dominique sammelte Mut und fragte nach Denises Verbleib. Ihr Vater antwortete knapp und präzise, dass sie zu einer Tante in einer anderen Stadt geschickt worden war. Die äußerst knappe Information ließ Dominique verwirrt und hilflos zurück. Dominique hatte kaum Zeit, das gerade gehörte zu verarbeiten, als die Tür des Hauses plötzlich zuschlug und ihn draußen alleine und verzweifelt zurückließ. In den folgenden Tagen kämpfte Dominique unermüdlich darum, Neuigkeiten von Denise zu bekommen. Er versuchte unzählige Male, Kontakt zu ihrer Familie aufzunehmen und hinterließ Nachrichten in der Hoffnung auf eine Erklärung oder Klarstellung. Doch seine Hoffnungen wurden immer wieder von der fehlenden Antwort zerschlagen. Mit der Zeit ging Dominique weiter und begann ein neues Kapitel in seinem Leben. Er entschied sich, an einer technischen Universität in einer anderen Stadt zu studieren, was eine große Veränderung und neue Verantwortlichkeiten in seiner Zukunft bedeutete. Sein Geist wurde von neuen Erfahrungen und Möglichkeiten erfüllt. Obwohl die Erinnerung an Denise sein Herz immer noch wärmte, wurde sie zu einer besonderen Erinnerung aus seiner Jugendzeit. Ein glücklicher Rückblick in die Vergangenheit Einige Jahre vergingen, und heute war Dominique ein erfolgreicher Mann in seinem Beruf. Er hatte vieles von dem erreicht, was er für seine Zukunft geplant hatte. Seine Hingabe und Anstrengungen im Studium und in seiner Karriere hatten ihm ein komfortables und zufriedenes Leben ermöglicht. Er lebte in einem schönen Haus, umgeben von einer Gemeinschaft wahrer Freunde, in einer Stadt mit zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten. Es war eine besondere Zeit des Jahres, Weihnachten rückte näher, und die Solidarität ergriff die Herzen aller, auch Dominiques. Zu dieser Gelegenheit beschloss die Firma, in der er arbeitete, eine Spielzeugspendenaktion für Waisenhäuser in der Region durchzuführen, um den Kindern Freude und Liebe zu bringen. Entschlossen, diese Spendenaktion zu einem wahren Erfolg zu machen, wurde Dominique einer der größten Befürworter unter seinen Kollegen und Freunden. Am Tag der Spielzeugübergabe wurde die Energie der Solidarität und Freude nicht nur von den Mitarbeitern von Dominiques Firma, sondern auch von vielen anderen freiwilligen Helfern, die sich dieser besonderen Sache angeschlossen hatten, geteilt. Die Szene im Waisenhaus war voller Aufregung und Lächeln, und es entstand eine warme und festliche Atmosphäre für die Kinder. Dominique fand sich in einer magischen Umgebung wieder, in der Clowns, Zauberer und Freiwillige sich zusammenschlossen, um den Kindern einen unvergesslichen Tag zu bereiten. Der Glanz in den Augen der Kleinen beim Erhalten der Spielzeuge und bei der Teilnahme an den Aktivitäten erwärmte Dominiques Herz und bestärkte ihn in der Gewissheit, dass diese Initiative wirklich einen Unterschied machte. Immer mit einem Lächeln im Gesicht beteiligte er sich vollständig an den Aktivitäten. Er half bei der Organisation von Spielen, verteilte Snacks und teilte lustige Momente mit den Kindern. Jedes Lachen und jeder Glücksausdruck war eine Belohnung für all die Anstrengungen, die er in das Projekt gesteckt hatte. Dieser Moment ließ auch Dominique über seine Zukunft nachdenken. Der Wunsch, eine eigene Familie zu gründen und sein Leben mit jemand Besonderem zu teilen, wurde in seinem Herzen stärker. Er wusste, dass er, wenn er die richtige Frau fand, ein Zuhause schaffen wollte, in dem Liebe, Freude und Hingabe immer präsent waren. Die Party nährte sich ihrem Ende, als Dominique etwas sah, das ihn völlig verblüffte, wie er es noch nie zuvor erlebt hatte. Unter den Familien der Freiwilligen war ein Junge in der Präadoleszenz, der jedoch immer noch kindliche Züge hatte. Zu Dominiques Überraschung war dieser Junge ein echtes Abbild von ihm selbst, als er genau im gleichen Alter war. In Dominiques Elternhaus hing ein Foto von ihm, als er nur zehn Jahre alt war, an einem besonderen Platz im Flur zwischen dem Wohnzimmer und der Küche. Und jetzt, vor seinen Augen, stand dieser Junge, genau wie das Bild seiner eigenen Kindheit. Dominiques Herz füllte sich mit Neugierde und Emotionen, und er konnte seine Neugierde angesichts dieser ungewöhnlichen Ähnlichkeit nicht zurückhalten. Von einem unwiderstehlichen Impuls getrieben, nährte er sich dem Jungen, der von seiner Familie begleitet wurde. Mit jedem Schritt war das Gefühl, auf ein Spiegelbild der Vergangenheit zu blicken, fast surreal. Dominique näherte sich der Familie des Jungen und begrüßte sie mit einem liebevollen Lächeln, das eine Mischung aus Überraschung und Begeisterung war. Während er mit den Eltern des Jungen sprach, erfuhr Dominique, dass der Name des Jungen Pedro war. Die Ähnlichkeit zwischen den beiden war so beeindruckend, dass sie sogar zusammen lachten. Dominique war erstaunt zu erkennen, dass das Schicksal auf seltsame Weise ihre Wege gekreuzt hatte und ihre Lebensgeschichten auf faszinierende Weise miteinander verknüpft waren. Während sie sprachen, bemerkte Dominique die besondere Verbindung, die der junge Pedro zum Waisenhaus hatte. Er fragte neugierig, ob Pedros Familie oft dorthin kam, um zu helfen, da sie sehr vertraut mit den Mitarbeitern und der Umgebung schienen. Pedros Antwort brachte eine bewegende Geschichte mit sich. Mit glänzenden Augen teilte Pedro mit, dass seine Verbindung zu diesem Waisenhaus viel tiefer war, als es den Anschein hatte. Er enthüllte, dass er direkt nach seiner Geburt dorthin gebracht worden war und seine ersten Tage im Heim verbracht hatte. Doch sein Schicksal nahm eine unerwartete Wendung, denn innerhalb weniger Tage seines Lebens wurde er von der Familie adoptiert, die ihn seitdem liebevoll aufgenommen und gepflegt hatte. Obwohl er jetzt eine liebevolle Familie und ein warmes Zuhause hatte, hatten Pedro und seine adoptive Tern nie die wichtige Rolle vergessen, die das Waisenhaus in seinem Leben gespielt hatte. Sie empfanden eine tiefe Dankbarkeit für all die Fürsorge und Liebe, die Pedro dort erfahren hatte. Als Ergebnis engagierten sie sich immer wieder gerne für die Einrichtung, nahmen an Veranstaltungen wie dieser teil, um den anderen Kindern im Waisenhaus Freude und Hoffnung zu schenken, die immer noch dort lebten. Peter enthüllte, dass er vor einigen Jahren beschlossen hatte, Informationen über seine leiblichen Eltern und seine Herkunft zu suchen. Er konnte seine leibliche Mutter finden und nach und nach die Geschichte hinter seiner Geburt und den Grund kennenlernen, warum sie die schwierige Entscheidung getroffen hatte, ihn zur Adoption freizugeben, als er noch ein Baby war. Diese Suche nach seiner Identität brachte ihn seiner leiblichen Mutter näher, anstatt sie zu entfernen. Peter erzählte Dominique, dass sie nachdem er seine leibliche Mutter kennengelernt hatte, eine liebevolle Bindung wie zu einer geschätzten Tante aufgebaut hatten. Der junge Junge teilte mit, dass er in der nächsten Woche seinen zwölfter Geburtstag feiern würde und seine leibliche Mutter, deren Name Denise war, an der Feier teilnehmen würde. Für Dominique fühlte sich dieser Moment an, als ob eine Bombe auf seinen Kopf gefallen wäre. Eine Lawine von Gedanken überflutete seinen Geist und er konnte die erstaunliche Übereinstimmung, die ihm vor Augen lag, nicht ignorieren. Der Junge vor ihm hatte eine unverkennbare Ähnlichkeit mit ihm selbst, als er im selben Alter war, und jetzt hieß seine leibliche Mutter Denise, genauso wie seine erste Freundin, die vor zwölf Jahren auf mysteriöse Weise weggeschickt wurde. Dominiques Herz schlug schneller, während er versuchte, all die Informationen zu verarbeiten. Die Möglichkeit, dass dieser Junge das Ergebnis einer Beziehung sein könnte, die er in der Vergangenheit mit seiner ersten Freundin hatte, war verwirrend und surreal. Dominique verließ die Situation voller Fragen und intensiver Emotionen. Getrieben vom Wunsch, die Rätsel um sein Leben und die Verbindung zu Peter zu lösen, fuhr er in seine Heimatstadt, wo die Eltern von Denise immer noch lebten. Als er an der Tür der Eltern von Denise klingelte, war die Überraschung groß, als sich die Tür öffnete und Denise genau dort war, um ihn zu empfangen. Es war das erste Mal seit mehr als zwölf Jahren, dass sie sich sahen. Es gab einen Moment angespannter Stille, als ob die Zeit um sie herumstehen geblieben wäre und nur der beschleunigte Herzschlag ihre Umgebung erfüllte. Schließlich brach Dominique das Schweigen. Denise, wir müssen reden. Ich muss die Wahrheit wissen. Denise sah Dominique in die Augen, und für einen kurzen Moment schien eine Reihe von Erinnerungen an die Vergangenheit ihre Gedanken zu durchdringen. Die Augenblicke, die sie in der Vergangenheit geteilt hatten, die Liebe, die sie verbannt, und die Trennung, die sie voneinander entfernte. Sie wusste, dass es an der Zeit war, die Wahrheit preiszugeben, die sie so lange in sich getragen hatte. Dominique betrat das Haus und folgte Denise ins Büro. Endlich fand er den Mut, die Frage zu stellen, die ihn so sehr beschäftigte. Ich habe einen Jungen namens Pedro getroffen, ist er unser Sohn? fragte Dominique mit leicht zitternder Stimme vor Aufregung. Denise sah Dominique in die Augen, ihre Augen füllten sich mit Tränen, und mit nur einem Kopfnicken bestätigte sie seinen Verdacht. Pedro war tatsächlich ihr Sohn. Dominique war voller Fragen und Emotionen, begierig darauf zu verstehen, was passiert war, und warum er nie von der Existenz dieses Jungen erfahren hatte. Denise, immer noch mit Tränen in den Augen, begann die Geschichte zu teilen, die sie so lange in ihrem Herzen bewahrt hatte. Sie erklärte, dass sie die Schwangerschaft erst in einem fortgeschrittenen Stadium entdeckt hatte, da sie damals nur eine Jugendliche war und die Anzeichen nicht erkannt hatte. Die Situation kam völlig unerwartet auf sie zu, und sie befand sich in einer schwierigen Zwickmühle. An dem Tag, an dem sie von der Schwangerschaft erfuhr, entschieden ihre Eltern, dass die beste Lösung darin bestand, sie zu einer Tante zu schicken, weit weg von Dominique, um das Baby zur Welt zu bringen und es zur Adoption freizugeben. Denise wurde ins Krankenhaus gebracht, weil es ihr schlecht ging, ohne zu wissen, was mit ihrem Körper geschah. Und in diesem Moment erfuhr sie von ihrer Schwangerschaft. Ihre Eltern waren der Meinung, dass sie beide zu jung waren, um die Verantwortung für die Erziehung eines Babys zu übernehmen, und glaubten, dass es bei einer liebevollen Adoptivfamilie eine bessere Zukunft haben würde. Sie beschlossen, dass Denise Dominique nichts von der Schwangerschaft und der Adoption des Babys erzählen sollte. Mit gebrochenem Herzen übergab sie das Baby noch im Krankenhaus einer Sozialarbeiterin, die es in ein Waisenhaus bringen würde, von wo aus es zur Adoption weitergeleitet werden sollte. Einige Jahre später erhielt Denise jedoch unerwartet Kontakt von Pedros Familie, die sie kennenlernen wollte. Seitdem halten sie regelmäßigen Kontakt, und sie konnte das Wachstum und das Leben ihres Sohnes verfolgen. Dominique befand sich in einem Strudel von Gefühlen, aber eine Gewissheit zeichnete sich in seinem Herzen ab, auch er wollte Teil von Pedros Leben sein. Denise bot an, mit Pedros Eltern zu sprechen und Dominiques Wunsch, ihn kennenzulernen, zu übermitteln. Die Eltern von Pedros waren edle und großzügige Menschen und verstanden, dass die Anwesenheit der leiblichen Eltern keine Bedrohung, sondern eine Gelegenheit war, die emotionalen Bindungen ihres Sohnes zu erweitern. Sie erkannten an, dass Pedro dank seiner leiblichen Eltern existierte, und dieses Geschenk konnte nicht ignoriert werden. Die Tage, die folgten, waren voller Spannung und Erwartung für Dominique. Bis eines Tages das Telefon klingelte und die Gedankenwolke, die ihn begleitete, unterbrach. Auf der anderen Seite der Leitung brach eine süße, kindliche Stimme das Schweigen und erfüllte Dominiques Herz mit unermesslicher Freude. Es war Pedro, der ihn zu seinem zwölfter Geburtstag einlud. Möchtest du zu meinem zwölfter Geburtstag kommen? Du bist eingeladen, sagte Pedro aufgeregt. Dominique, gerührt und mit Tränen in der Stimme, antwortete, natürlich werde ich da sein. Von diesem Moment an verflochten sich das Leben von Dominique und Pedro auf natürliche und vertraute Weise. Das Treffen und die Entdeckung ihrer Vater-Sohn-Beziehung schufen eine einzigartige Verbindung zwischen ihnen und verwandelten sie in enge Freunde. Dominique war entschlossen, in jeder Phase von Pedros Leben präsent zu sein. Er wurde ein echter Unterstützer, der ihn in seinen Erfolgen und Herausforderungen unterstützte. Er war der Onkel, der immer ein ermutigendes Wort und eine freundliche Schulter zum Trost in schwierigen Zeiten hatte. Darüber hinaus wurde Dominique auch eine geschätzte Figur für Pedros Adoptiveltern. Sie erkannten, dass Dominiques Präsenz im Leben ihres Sohnes noch mehr Liebe und Zuneigung in die Familie brachte, und sie waren dankbar dafür. Die Liebe kann uns mit unerwarteten Wiederbegegnungen überraschen und Geschichten der Verbindung und Zugehörigkeit hervorbringen, die wir uns nie vorgestellt hätten zu erleben. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, bitte ich Sie, ein »Gefällt mir« dazulassen, und dieses andere Video, das jetzt auf dem Bildschirm erscheint, wird Sie wahrscheinlich auch berühren. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.